Das ist vielleicht von der Hunde. Hab ich auch mal Gare gemacht. Wir haben besser gemacht. Kommt der? Ich hab mal gesehen, ich hab mich ja langsam an mir selber gemacht. Meist ist natürlich nicht so optimal. Wir haben von nach oben. Das ist ja gut. Ich wollte morgen erst her draufziehen, damit ich nicht mehr was für die Sicht hab. Ich hab ja abgeschnitten. Das war nicht fertig. Ich kann aber heute irgendwie aber nicht die Schöne bringen bei mir. Ich hab ja sonst noch mal gekauft. Aber ich muss jetzt wirklich auf Poker abschieben. Was? Ich hab ja nicht in der Welt zu einem Fluch.